Der Pilatus PC21 ist ein vollständig neu entwickelter, sein motorisches Turboprop-Trainingsflugzeug, das für ein breiter Spektrum von Trainingseinsätzen ausgelegt ist. Das Flugzeug ist bei der Pilotenschule nehmen und in SIO im Einsatz. Der Pilatus PC21 ist bezüglich Avionic und Systemtraining top modern und ermöglicht ein Training, welches auf den früher eingesetzten Jet-Schulflugzeugen so nie möglich war. Wenn wir nach deines BZR-Trainings wissen, die beschränkte Flugleistung, hat der Turboprop-Train nicht die Leistung eines Jets erbringen können. Der PC21 Airframe wurde erzeugt, um die aerodynamische Leistung zwischen den traditionellen Turboprop-Trainern und die mehr expensive Jet-Trainers zu verhindern. Mit einer maximale Level-Speed von 325 Nm at low altitude, der PC21 schlägt die Low-Level-Speed und Performance der Turboprop in einem Bereich, welches bereits exklusiv war. Die Swiss Air Force ist der PC21-Trainingsflugzeug für unsere Jet-Pilot-Trainings-School basiert in Nielmann und Sion. Die Schweizer Luftdorfer bestreitet mit dem Jet-Pilotenausbildungssystem PC21 neue Medien. Die Piloten werden von der PC21 direkt auf die F-18 Airframe umschulen. Die Ausbildung für einen Berufs-Militär-Piloten dauert rund 5,5 Jahre. Die ersten 3,5 Jahre absolvieren die Piloten am Bertrand Aviatikstudium mit integrierten Linien-Pilotenausbildung. Die eigentliche Militärgeschäftflug-Ausbildung dauert weiter in zwei Jahren. Die erste Kult-Ausbildung ist in der Zeitdienst und Luftwaffe ausgebildet. Für jeden Schüler sind sie im Ganzen 210-Mission. Mit dem revolutionären Mission-System ist das Flugzeug bei leistungsfähiger und flexibler aus dem Amprix-Ausbildung. Für jeden Schüler ist es für drei Jahre. Die erste Kult-Ausbildung ist ein bisschen außergewöhnlicher und furchtiungsfähiger und fliege. Das ist für drei Jahre. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020